Das ist der Sisa, der ist reizen, Gewichtskasse bis 70 Kilo, also die sind schon ein bisschen größer, können auch ein bisschen unterlaufen. Und Zeit! Ja, der Sisa, der trainiert bei mir in der Trainingsgruppe, der Ritchie trainiert bei dem Herr Hallers, die Sie da vorne sehen mit den Tatsen. Mein Sportler trainiert ein halbes Jahr und der will auch boxen, der fehlt kurz vor seinem ersten Kampf. Nicht so viel im Kreislaufen, Sisa, meinen Weg abschneiden. Tschau! Der Herr Hallers macht dort Tatzen, also jeder, der mal ein bisschen Tatzen machen will, der kann zu der Herr Hallers an den Tatzen mal gehen, und hier nochmal gucken, wie es ist, Boxschuhe anzuhaben und da mal irgendwo gegenzuschlagen. Also, wer möchte. Und wieder rein die Führanzieher. Und wieder rein. Und Zeit! Die war sein Ritchie. Bisschen mehr machen. Bisschen mehr machen.